Alle Bücher dieser Welt bringen dir kein Glück. Doch sie weisen dich geheim in dich selbst zurück. Dort ist alles, was du brauchst, Sonne, Stern und Mond. Denn das Licht, danach du frugst, in dir selber wohnt. Weisheit, die du lang gesucht in den Büchereien, Leuchtet jetzt aus jedem Blatt, denn nun ist sie dein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020